Er war der personifizierte American Dream, der amerikanische Traum vom LKW-Fahrer zum Superstar. Mit seiner Stimme und mit seinem Hüftschwung legte er den Grundstein des Rock'n'Roll, die Redes natürlich von Elvis Presley. Am Donnerstag ist es 30 Jahre her, dass der King gestorben ist, doch in den Köpfen seiner Fans in aller Welt lebt er weiter. In Schleswig-Holstein haben einige seiner prominenten Verehrer gemeinsam an einem Filmprojekt gearbeitet, das ihn auf typisch norddeutsche Art und Weise ehren soll, den King of Rock'n'Roll. Bremerhaven vor fast einem halben Jahrhundert. Ein Superstar trifft ein, um in Deutschland seinen Dienst bei der Army zu leisten. Unvergessene Bilder. Am 16. August 1977 starb der King of Rock'n'Roll. Seine Fans haben ihn nie vergessen. Würde Elvis noch leben, er würde staunen, was 30 Jahre nach seinem Tod geschieht. Da steht ein gelernter Malergeselle und Musiker zwischen den Schafen bei Elmshorn und huldigt seinem Idol auf gar ungewöhnliche Weise. Ich habe das mitgekriegt, da war ich zwölf, kam aus dem Dänemark-Urlaub. Elvis war Todstand in der Zeitung, das hat mich natürlich geschockt, aber ich habe das als Kind nicht so wirklich wahrgenommen. Ich habe dann gesagt, oh Mensch, ich hätte ihn ja vielleicht nochmal gerne live gesehen. Und jetzt 30 Jahre später noch traurig zu sein wegen Elvis, also ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel das Gute. Mal von vorn. John Barron ist die lebendige Drehbuchvorlage für ein ungewöhnliches Filmprojekt, bei dem viele Promis aus Spaß an der Sache auf ihre Gage verzichteten. Sein bester Kumpel Michael Söth produzierte für wenig Geld den norddeutschen Musikfilm Der Deich King, der zum 30. Todestag von Elvis Presley ins Kino kommt. Kernaussage, Elvis lebt. In Fiete Hansen, dem vertrottelten Bauern, der nach dem Sinn des Lebens sucht. Mama, ich bin Elvis, der King. Fietes Mutter wird von der ehemaligen Beat-Club-Moderatorin Uschi Nerke gespielt, die die fassungslose Elfriede Hansen mimt, dem King und John zuliebe völlig ohne Kohle. Ich wusste, das kann nur gut gehen und das macht viel Spaß und das ist ein tolles Thema und ich bin absoluter Elvis-Fan. Auch von klein auf an. Die erste Platte, die ich hatte, war eine von Elvis. Und nein, nein, also das gab überhaupt keine Frage. Auch Vollblutmusiker Klaus Büchner von Torfrock spielte mit. Er hatte als Fietes Vater großen Spaß daran, seinen Filmsohn voll zu pöbeln. Wie siehst du überhaupt aus? Ich habe mit Power. Nichts ist mit Power. Du kommst jetzt runter und singst. Und ich will keinen Scheiß mehr hören von Elvis Pressluft oder was. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich finde, solange Elvis tot ist, sollten wir noch einen machen. Doch zunächst hoffen John und sein Team, dass der Deich-King sein Publikum findet und als kultiger Film etwas Geld in die Kasse bringt. Und der echte King of Rock'n'Roll, wahrscheinlich wäre er begeistert von John Barron aus Emshorn. Well, that's all right now, Mama, any way you do. Nicht schlecht. Und mit dem norddeutschen Elvis verabschieden wir uns. Das war's von Brisant.